Es ist wieder soweit, Hütten-Gaudi, die Art-Regie-Party des Nordens. Am Samstag, den 2. März 2013 im Adadin und Tivoli Bremen. Mit dabei, Partygeratt, Micky Krause. Schatz, sie schenkt mir ein Foto. Hey, sie hatte nur noch Schuhe an. Und mit dem Up-in-Coming-Star, Mia Marta. Habst du einen Berg schon mal kommen gesehen? Außerdem mit dabei, die Stimmungsmacher, das Chaos-Team. Gefeuert wird mit 100 Kubikmeter Neuschnee auf vier Almen. Aladin-Alm, Tivoli-Alm, Alpenrock-Café, Flying Hirsch-Alm. Achtung, nur mit gültigem Ski-Pass. Am Samstag, den 2. März 2013 im Adadin und Tivoli Bremen. 10 Euro an der Abendkasse. Ski-Pass, 55 Euro im Vorverkauf. Weitere Informationen von den Ski-Pass gibt es auf www.aladin-bremen.de Ropan Gangnam Style Ropan Gangnam Style Ropan Gangnam Style Ropan Gangnam Style Ropan Gangnam Style